Jedes Unternehmen ist daran interessiert zu wissen, ob es bei der Erfüllung seiner Aufgaben und Ziele erfolgreich war. Hier werde ich einige Konzepte erläutern, die helfen, den Zustand der Wirtschaft eines Unternehmens zu ermitteln. Bilanzkennzahlen zur Kapitalstruktur Die zeigen, wie solide ein Unternehmen finanziert ist. Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Die Frenkkapitalquote ist das Gegenstück. Eine höhere Frenkkapitalquote signalisiert eine höhere Abhängigkeit von Frenkkapitalgebern und erschwert eine Aufnahme von weiteren Frenkkapital. Die Wirtschaftlichkeit beschreibt das Verhältnis zwischen dem erreichten Erfolg und dem dafür erforderlichen Aufwand, also Kosten. Die wird kalkuliert beim Teilen der Leistungen durch die Kosten. Ist das Ergebnis kleiner als 1, ist das Unternehmen noch nicht wirtschaftlich. Ist es gleich 1, erzählt das Unternehmen kein Gewinn, ist aber trotzdem wirtschaftlich. Dass es größer als 1 ist, bedeutet, dass das Unternehmen wirtschaftlich ist und erzielt auch Gewinn. Die Liquidität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, liquide Mittel zu erhalten und damit seinen kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen. Es gibt drei Kräte. Davon werde ich der erste Grad erklären. Die kalkuliert man bei Teilen der liquiden Mittel durch die kurzfristigen Verwilligkeiten. Der erste Grad Liquidität sollte im Normalfall im Bereich von etwa 25% liegen. Liegt sie darunter, könnte das Unternehmen Probleme bei der Wertschöpfung haben. Die Rentabilität bezieht sich auf den Nutzen des Unternehmens für alle getätigten Investitionen. Als Eigenkapitalrentabilität wird das Verhältnis des Gewinns eines Unternehmens zum Eigenkapital bezeichnet. Der wird kalkuliert beim Teilen der Gewinne durch den Eigenkapital. Produktivität ist die Beziehung zwischen der Menge an Produkten, die von einem Produktivsystem erhalten wird, und der Ressourcen, die zur Erzielung dieser Produktion verwendet werden. Das gilt auch für die Arbeitsproduktivität, wo die Ausbringungsmenge wird durch die geleisteten Stunden geteilt. Für die Aufmerksamkeit Überg Latinos